So, willkommen zu einem neuen Video und zwar, ja, über das Online-Codes-Video scheinen sich viele zu freuen und daher habe ich beschlossen, ich zähle euch jetzt mal eine Menge Plasma-Storm-Online-Codes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn Codes. Ich schaue mal schnell, wie viele davon englisch sind. Drei davon sind englisch. Wie viele waren das? Ich glaube, 16. Schon wieder vergessen. Dann zeige ich euch jetzt, 13 Plasma-Storm-Online-Codes. Am besten, sobald ihr den seht, auf Pause drücken. Der, 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 der. Wenn man sich das mal anschaut, habe ich euch schon so einen Stapel hier geschenkt. Okay, und hier, die drei englischen. Es wäre nett, wenn ihr Deutschen, sag ich mal, den englischen Poketubern die englischen Codes lassen könntet. Weil das wäre nett. Weil die englischen können mit den englischen nichts anfangen und die englischen können mit den englischen eigentlich auch nichts anfangen. Also lasst ihr einfach mal bitte den englischen Poketubern, wenn es englische Codes sind. Bei Plasma-Freeze muss ich mir das überlegen. Erstens, schreibt in die Kommentare, ob ihr Plasma-Freeze haben wollt. Wenn ja, dann, ich gucke mal nur kurz, wie viele das sind. Eins, zwei, drei. Okay, das sind 20 Codes. Dann werde ich mir einen englischen aufheben. Und die anderen 20 schenke ich vielleicht euch. Euch, aber das müsst ihr halt in die Kommentare schreiben, ob ihr die haben wollt oder eher nicht so. Okay. Ja, also, da war's das jetzt mal. Schreibt bitte wie immer in die Kommentare, wer die Codes bekommen hat oder wie viele. Und für Plasma-Freeze-Online-Codes mehr Likes bitte. Also, auch so schon ein Like geben. Und ja, also, da war's das auch. Und bis bald. Ciao. 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 Ciao.